Ein herzliches Willkommen an alle zu diesem Yoga-Event Yoga und Trauma und ich freue mich heute sehr, dich Jörg Fuhrmann begrüßen zu können und freue mich, dass du mit uns das Interview machst. Ja, ich habe viel zu dir gelesen und da wusste ich gar nicht, als was ich dich vorstellen soll, weil das so vielseitig ist und so viele Erfahrungen, die du gesammelt hast. In diesen alten Traditionen, die wir da jetzt so vorhin am Anfang besprochen haben, in diesen ganzen spirituellen Praktiken, in diesen rituellen Strukturen, da ging es eigentlich schon immer auch darum, diese Sachen zu trainieren, bewusst oder unbewusst. Vor allen Dingen halt die Vargus-Bahn zu trainieren und auch so ein Stück weit diese neuronale Regulation der inneren Organe zu trainieren und diese, wie ich gerade sagte, bidirektionale Kommunikation zwischen Geist und Körper und oder Gehirn und Körper und Körper und Gehirn in der Wechselwirkung. Und da haben wir zum Beispiel diese klassischen Praktiken der Gesänge, des Chantings, des Tönens. Da werden vor allen Dingen hier die Kehlkopfnerven und die Rachennerven innerviert. Und der Atem spielt natürlich aber auch eine wichtige Rolle. Da ist der Vargus ja auch, der läuft ja hier dann lang und deswegen, wenn Leute im Stress sind und jetzt einen Vortrag halten sollen, dann haut sie ihnen die Stimme weg. Man hat einen Frosch im Hals. Das ist dann häufig da auch der Ausdruck. Meditation oder der Fokus auf innere Bilder. Also der Vargus innerviert ja auch ganz stark das Herz. Da gibt es auch diesen Begriff der Vargus-Bremse oder die Herzratenvariabilität, was eben auch wieder mit dem Atem alles zusammenhängt. Das wird ja bei der Meditation sehr stark dann auch trainiert oder beim Gebet. Die Körperhaltungen sind die Barorezeptoren der Halsschlagader, der Blutdruck oder eben dann der dorsale Vargus mit dem Ventralen zusammen, wie ich gerade schon sagte. Ja, oder Tanz, Performance, Spiel könnte man auch noch dazu zählen. Das ist dann wieder mit dem Ventralen Vargus und dem Sympathikus zusammen, was ich gerade schon sagte. Mimik, Gestik spielt dabei häufig auch eine große Rolle. Und das wird dabei eben klassisch trainiert. Jetzt noch mal so als Meta-Ablauf, so eine spirituelle Praxis. Was bedeutet das dafür eigentlich? Wie wäre da das Optimum, sage ich mal? Das Erste ist immer das Erleben eines sicheren Kontextes. Das heißt, dass der Mensch, also diese unbewusste Neurezeption von Sicherheit, dass die sagt innerlich, okay, fühle ich mich gut und sicher. Wenn das von vornherein nicht gegeben ist für jemanden, dann braucht er mit gar keiner Übung anfangen, egal was es ist. Das kann ja im Laufe von der Übung sich auch verändern. Und da ist es dann auch wichtig, dass der Leiter von sowas oder der oder die, der therapeutisch was macht, das auch mitkriegt, wenn sich das verändert. Beziehungsweise, dass die Leute zunehmend dahin geschult werden, dass sie das selber auch wahrnehmen, wenn das kippt und dass sie es dann auch die Erlaubnis sich geben können, es auszusprechen. Vielleicht auch benennen können. Und da kann man auch gucken, was braucht es jetzt, damit wir wieder in den sicheren Modus zurückkommen. Eben das rituelle Ausführen von diesen Sachen, das verstärkt eben die Resilienz langfristig und die Flexibilität, wenn es im sicheren Kontext stattfindet. Und ja, die praktische Übung dann davon natürlich auch. Dann bilden sich auch entsprechende im Hirn bestimmte Autobahnen und so weiter. Und möglicherweise kommen nachher auch solche höheren Gehirnprozesse dabei in Gang, die dann eben zum Beispiel das Eins-Sein ermöglichen oder das Erleben von Mitgefühl, was dann eben auch ganz wichtig ist für solche Dinge. Für Menschen, die jetzt zum Beispiel Trauma haben, ist dann vielleicht auch das Erleben von einem Triumph wichtig, dass sie auf einmal ein Triumphgefühl haben. Ich bin auch da und ich bin kraftvoller als sie zuvor. Und ich habe es jetzt geschafft oder so. Traumasensibles Yoga oder traumasensitives Yoga kann das körperliche, physische und psychische und emotionale sowie energetische Wohlbefinden quantitativ und qualitativ verstärken. Das hat man in Untersuchungen herausgefunden. Und ein offenes Gewahrsein ermöglichen. Wie gesagt, das geht nur, wenn ich mich sicher fühle, weil sonst kann ich nicht im Hier und Jetzt sein. Wenn ich nicht im Hier und Jetzt sein kann, kann ich auch kein offenes Gewahrsein. Dann bin ich irgendwie schon so auf einem Fight-or-Flight- oder Freeze-Modus unterwegs. Und das ist immer der Tunnelblick. Das ist immer Hypnose, sag ich mal. Also hoher Fokus. Man erhöht, wie gesagt, die Selbstwahrnehmung und die Interrozeption. Und man fängt also an sich auch, wenn es gut läuft. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, Sachen, wo es beim Yoga auch völlig anders gelaufen ist. Habe ich auch massenhaft hier gehört. Also wenn es eine traumasensitive Geschichte ist, ist es eher eine milde Konfrontation. Man packt sich also nicht in Watte, wie das von manchen Hochsensiblen auch so empfohlen wird, von manchen Therapeuten diesbezüglich. Alles ausblenden, was irgendwie Stress machen könnte, weil du bist ja hochsensibel. Du bist etwas ganz Besonderes. Und fängt also an, milde Konfrontationen einzubringen und damit die Resilienz nachher mit der Zeit zu steigern. Ja, so. Weil am Ende des Tages müssen wir alle irgendwie leben. Und das Leben ist eben nicht bei Wünsch dir was, sondern wir müssen also mit den Konfrontationen des Lebens eigentlich umgehen. Und das erhöht wiederum am Ende die Resilienz, also die Selbsterhaltungsfähigkeit, die Regulationsfähigkeit. Und wir bekommen also auch eine mehr Selbstkompetenz dadurch, dass wir selber dann in die Lage versetzt werden, das Gefühl zu haben, ja, ich kann das meistern, ich kann das schaffen. Ja, ja, aus dieser Opferrolle heraus. Genau. Und das verbessert also auch die ganzen körperlichen Parameter. Das kann man also auch messen. Und man wird insgesamt einfach flexibler und stabiler. Und wie gesagt, neuronales Training findet dabei statt. Genau, die Neurozeption wird auch positiver. Das heißt, man sieht weniger Gefahren im Außen, unbewusst. Man sieht eher die Dinge, die sind und nicht die, die mal waren. Das heißt, das ist die Verknüpfung, dass wir mehr ins Jetzt kommen. Ja. Nur weil mir mal ein Mensch oder ein Mann mit einem karierten Hemd was getan hat. Heute bedeutet ja nicht, dass jeder, der ein kariertes Hemd annahnt, eine potenzielle Gefahr ist. Aber meine Neurozeption macht das möglicherweise noch so. Und wenn ich aber im Hier und Jetzt präsent bin, bei mir bin und zentriert bin und das auf dem Schirm habe, was das in meinem autonomen Nervensystem auslöst, ein kariertes Hemd, dann bin ich möglicherweise in der Lage, das karierte Hemd, als kariertes Hemd zu sehen und nicht als Bedrohung.